Jo Leute, ich habe jetzt nur ein neues Problem gekauft und jetzt stelle ich es gerade ein, also soll ich euch fragen, was ist es, das jetzt, dann, oder das jetzt, oder das jetzt. Ich finde, das mit Rauschen ist eines der schlechteren Sachen. Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare.